Renate Bergmann. Aber nach drei Strophen ist Schluss. Die Online-Omi rettet Weihnachten. Gelesen von Carmen Maia Antoni. Hier spricht Renate Bergmann. Guten Tag. Aber wer auch sonst? Wissen Sie, mir kommt es so vor, als ob die Zeiten immer hektischer werden. Alles ändert sich ständig, und was gestern noch wichtig war, darüber spricht morgen schon keiner mehr. Jeden Tag wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben, und die Meute stürzt sich gackernd drauf. Man kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Wissen Sie, noch vor ein paar Jahren haben sie uns alten Menschen vorgeworfen, wir würden die Vergangenheit zur guten alten Zeit verklären und die Erinnerungen mit dem goldenen Pinsel malen. So ein Unsinn. Man kommt ja gar nicht mehr dazu, sich nach früher zu sehnen. Ich wäre schon zufrieden, wenn sich nicht jeden Tag alles ändern würde. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin keine, die vergangene Zeiten festhalten oder wiederhaben will. Bloß weil wir alles lassen, wie es ist, wird es nicht bleiben, wie es ist. Nein, man muss sich anpassen und nach vorne gucken. Und wenn wir alten Leute schon nicht vorangehen, dann müssen wir doch wenigstens mitgehen. Dabei sollten wir aber ein bisschen sachte machen, meine ich, und immer mal wieder gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind und ob auch alle mitkommen. Der Mensch braucht schließlich Halt im Leben und ein paar Dinge, an denen er sich orientieren kann. Erst recht in so überreizten Zeiten, in denen immer weniger miteinander geredet, sondern nur noch gebrüllt wird. Ein paar Pfeiler, die unveränderlich sind. Sachen, die man immer so macht und die sich nicht verändern. Verstehen Sie, was ich meine? Ach, die Tage, Wochen und Monate rasen nur so dahin. Erst recht, wenn man älter wird. Irgendwann versteht man, dass man nicht mehr so viele Kilometer Reststrecke auf dem Weg des Lebens vor sich hat und dann scheint einem die Zeit noch schneller zu verstreichen als in jüngeren Jahren. Gerade in all dieser Hektik und Aufgeregtheit freut man sich über alles, was sich nicht verändert. Über die Traditionen, die feststehen und die wir schon immer so gemacht haben. Auch wenn die Jungschen daran rütteln und fragen, warum müssen wir Buttercreme-Torte essen, nur weil Weihnachten ist. Ja, weil es eben ein Rezept von Oma Strelemann ist und eine Familientradition. Ach, diese jungen Leute. Und dann pieksen sie mit der Kuchengabel drin rum und tun so, als ob sie mir einen Gefallen tun, wenn sie ein kleines, schmales Stückchen essen. Dabei begreifen sie gar nicht, dass diese Buttercreme-Torte der Anker ist, der uns seit Jahrzehnten zusammenhält, der auch ihnen Halt gibt und sie mal zur Ruhe kommen lässt. Gerade die Advents- und Weihnachtszeit ist für mich eine Zeit der Besinnung. In diesen Wochen versuche ich, alles ein bisschen langsamer zu machen und schöne weihnachtliche Rituale ganz bewusst zu zelebrieren. Da lasse ich dann auch mal alle Viere gerade sein und die Wassergymnastik mit Fräulein Tanja sausen. Nee, warten Sie, Viere sind ja gerade. Es muss alle Fünfe heißen. Wie dem auch sei, im Advent bleibt jedenfalls mein Platz im Becken auch mal leer und ich backe mit Ilse Christstollen und Plätzchen. Das gehört dazu wie das Fensterputzen, dass die Betten frisch bezogen werden, dass wir die Gänse vom Bauern holen und den Weihnachtsbaum kaufen, dass das Lametta aufgebügelt wird und wir die Geschenke liebevoll verpacken, dass man zur Christmüsse geht und das Konfekt gegessen wird, bis einem schlecht wird. Und natürlich dürfen Traumschiff, Sissi, Michel aus Lönneberger, die Feuerzangenbowle, der kleine Lord und Helene Fischer nicht fehlen. Früher wurde an den Feiertagen oft auch Zirkusfestival oder die Nacht der Prominenten übertragen. Aber da nun keine Tiger mehr mitmachen dürfen wegen Tierschutz beim Zirkus und Herr Kerkeling kein Trapez turnen kann, haben sie das irgendwann gelassen. Naja, viele gucken ja auch gerne drei Haselnüsse für Aschenbrötel. Aber ich sag Ihnen ganz offen, das habe ich über. Das kommt jede Saison ab Anfang November so oft, das kann ich nicht mehr sehen. Letztes Jahr habe ich die Fernsehzeitung kontrolliert und tatsächlich, in einer Nacht am 17. November gab es zwischen halb drei und sechs Uhr morgens einmal eine Lücke, in der der Filmer nicht auf mindestens einem Sender lief. Ja, ja, schmunzeln Sie ruhig über mich. Aber für mich gehört das alles dazu. Ich habe mich von D-Mark auf Euro umgewöhnt, von Mauer auf keine Mauer und daran, dass meine Männer jetzt zwei Meter tiefer schlafen, aber an Weihnachten wird nicht gerüttelt. Da kommt die Familie zusammen, wir essen Kartoffelsalat und Würstchen, ich mache Pökelbraten und Gans und wir gucken alte Fotos an. Das sind die Traditionen, die gehören dazu. Und bei allem Trubel das ganze Jahr über, und auch wenn die Leute ein bisschen mit den Augen rollen, freut sich im Grunde seines Herzens doch jeder auf all diese Dinge, die sich nicht ändern. An Weihnachten macht auch Ariana eine Ausnahme. Da dürfen die Kinder mal naschen, ohne dass es abgezielt ist. Da krabbelt Stefan trotz Rückenschmerzen unter den Weihnachtsbaum und sucht das kleine Waschpulverpäckchen für den Kaufmannsladen. Und da drückt meine Tochter sogar mal ihr veganes Auge zu und tunkt ihren Grünkernklops in einen Löffel Soße vom Gänsebraten. Aber bei einer Sache mache ich nicht mit. Mir braucht keiner was zu schenken zu Weihnachten. Ob Sie mir eine Flasche Doppelherz aus der Apotheke holen, am Ende sogar noch das Alkoholfreie. Überlegen Sie mal den unsinnigen Quatsch oder nicht, das ist mir egal. Ganz ehrlich. Was mich glücklich macht, das sind die strahlenden Gesichter meiner Lieben. Wenn sich das Licht der Kerzen in den Augen meiner Familie und Freunde spiegelt, wenn der ein oder andere ein lobenes »Mmm« ausstößt, wenn er meinen Kuchen kostet, wenn wir einfach alle beisammen sind und über alte und neue Zeiten reden, das macht mich froh. Und allerspätestens, wenn die Ersten den obersten Hosenknopf aufmachen, dann ist es ein schönes Weihnachten. Spätsommer Auf so ein schönes Fest freute ich mich schon im letzten Sommer. Es war ein merkwürdiges Jahr gewesen bis dahin. Wissen Sie, es gibt ja immer mal wieder Zeiten, in denen alles schief läuft. Und dieses Jahr hätte man fast denken können, es wäre ein Schaltjahr. So schief lief vieles. Im Schaltjahr schimmeln auch mir manchmal trotz penibelster Hygiene die eingeweckten Erdbeeren. Da kann man gar nichts machen. Kurt hatte auch oft Pech mit den Karnickeln. Sie werfen nur läppische zwei oder drei Junge und setzen kaum Fleisch an. Und im Garten wachsen zwar die Einlegegurken wie verrückt, aber der Dill mickert. Das gibt es so oft. Aber gut, das ist eigentlich unabhängig vom Schaltjahr so, dass es nie Dill gibt, wenn die Gurken reichlich tragen. Und wenn der Dill prächtig in den Reihen steht, dann wollen die Gurken nicht recht gedeihen. Na, wie auch immer, wir hatten kein Schaltjahr und trotzdem war es ein komisches Jahr. Die räumten die Lebkuchen erst in der ersten Septemberwoche in die Kaufhalle statt Ende August. Denken Sie sich das mal. Und auf dem Friedhof ist mir die Gießkanne durchgerostet, die eigentlich verzinkt ist angeblich und gar nicht rosten kann. Zu einem Überfluss wurde auch noch Ilses Schwägerin beim Melken von der Kuh getreten und Ilse musste im Herbst für zwei Wochen runter nach Thüringen und ihrem Bruder den Haushalt führen. Es war irgendwie der Wurm drin. Sogar unser Urlaub war voller Pannen. Ich verreiste wie jedes Jahr mit meiner Freundin Gertrud mit dem Bus. Das wird auch immer teurer, aber das gönnen wir uns, nur wir beide. Gertrud besteht darauf, ohne ihren Garten Gunther in die Sommerfrische zu fahren. Verheiratet hin oder her, wissen Sie, Gertrud ist so eine, die festhält, um weiterzusuchen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Gertrud sagt immer, man ist verheiratet, aber nicht erblindet. Gucken darf man. Im Klartext heißt das, sie hat ein eher loses Verhältnis zu Treue und Anstand. Die Gute hat Gunther zwar geehelicht, aber sie lässt sich gerne weiter von Herren einladen und flirtet rum. Natürlich würde sie gewisse Grenzen nie überschreiten. Sowas dürfen sie nicht glauben. Obwohl, letztens gab es mächtigen Ärger mit der Schornsteinfeger-Innung. Gleich im Januar kam der Schornsteinfeger zur Inspektion von Gertruds Öfen. Und weil es Glück bringen soll, einen Schornsteinfeger anzufassen, ihm ein Küsschen zu geben oder seinen Knopf zu reiben, ergriff Gertrud die Gelegenheit und auch den jungschen Schornsteinfeger beim Schopfe. Also was genau vorgefallen ist, weiß ich nicht. Und auch nicht, wo sie hingelangt hat und welchen Knopf sie sich ausgesucht hat zum Reiben. Und ob sie die Zähne schon drin hatte, weiß ich auch nicht. Jedenfalls gab es mächtig Ärger. Es kamen Briefe vom Schornsteinfeger-Meister und von der Innung und im nächsten Jahr schicken sie eine junge Frau, weil sich alle Männer weigern, bei Gertrud den Schornstein zu kehren. Gertrud hatte für uns eine Busfahrt ins Münsterland ausgesucht. Wir wollten nicht zu weit weg, wissen Sie, die Sitzerei im Reisebus wird nicht angenehmer, je älter man wird. Die Knie werden einem dick und der Rücken meldet sich auch. Und Deutschland hat doch so viele schöne Ecken, die wir gar nicht kennen. Wie heißt es so schön? Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Also ich gebe zu, dass Gertrud keinen Fehler gemacht hat beim Aussuchen. Ich habe die Panne auch nicht bemerkt. Das Hotel war an sich prima. Man muss ja immer darauf achten, dass da nicht familienfreundlich dran steht. Das ist ganz gefährlich. Dann pullern da die Gören in den Schwimmingpool und zum Abendbrot gibt es Grießbrei mit Erdbeeren. Nee, nee, das passte schon alles. Die Unterkunft war ruhig und gediegen. Was jedoch schiefgegangen war, fiel uns erst am Abend auf. Wir hatten mit dem Termin nicht aufgepasst und waren ausgerechnet an dem Wochenende dort eingekehrt, als großes Schützenfest war. Ach du heiliger Bim Bam, wissen Sie, wir sind beide gesellige Menschen. Aber das ganze Brauchtum der Schützenbrüder ist uns Berlinern fremd. Wir haben es ja auch nicht so mit dem Fasching, Helau und Alav. Dabei bin ich kein Karnevalsmuffel, denken Sie das nicht. Nur ist das eben hier in Berlin nicht so verbreitet wie im Rheinland. Damals in Karlshorst, wo ich lebte, als ich noch mit Wilhelm verheiratet war, hatten wir eine Truppe, die zusammen Karneval gefeiert hat. Ich habe sogar bis in die 70er Jahre rein das Funkenmariechen gemacht. Stellen Sie sich das mal vor. Es fand sich einfach keine, die den Posten übernehmen wollte. Und mir hat das viel Spaß gemacht. Ich habe erst aufgehört, als ich dann Franz geheiratet habe und nach Starken zog. Jetzt gehe ich jedes Jahr zweimal mit Gertrud zum Seniorenfasching. Einmal im November, um den 11.11. herum und dann nochmal am Rosenmontag. Wir machen da aber kein großes Kostüm. Wir ziehen nur ein Hütchen auf und werfen in ein paar Luftschlangen. Es geht ja mehr um die Geselligkeit und um den Tanz. Und für Gertrud ist es eh nur eine weitere Gelegenheit, sich den Männern an den Hals zu werfen. Bei der Polonaise können Sie sicher sein, dass sie spätestens bei der zweiten Strophe ihre Hände an fremden Männerhüften hat. Ja, ja, der Seniorenfasching fühlt sich immer an wie ein kleiner Ausflug in eine andere Kultur. Und mir gefällt das gut, mal rauszukommen aus dem Trott. Aber in Uniform über die Straße marschieren mit Musik, nee, nee, das machen wir seit den Zeiten des Hauptmanns von Köpenick nicht mehr. Karneval und Berlin, das passt nicht recht zusammen. Da muss man schon ehrlich sein. Dafür feiern wir Frauentag und Grüne Woche. Das ist doch auch was, nicht? Na, wie auch immer. Also die angereisten Schützen aus allen möglichen Teilen des Landkreises, als hätte das Städtchen, in dem wir waren, nicht genug junge Männer in Bierlaune zu bieten, machten großes Tamtam und brachten das Fachwerk tüchtig zum Beben. Die waren unglaublich kreativ darin, immer wieder neue Namen für Bieltrinken zu erfinden. Am Freitag hieß es Festabend. Am Sonnabend natten sie es Schützenball und am Sonntag zunächst Frühschoppen und später gemütlicher Ausklang auf dem Festplatz. Aus vielen der unzähligen Fachwerkhäuser kamen Schläuche, meistens aus den Kellern, Bier-Schläuche. Man konnte kaum treten und musste aufpassen, dass man nicht böse stolpert. Die hatten überall Schankanlagen auf der Straße stehen. Und während auf dem Marktplatz der Schützenkönig ermittelt wurde, man die Majestäten proklamiertem, auch noch Wettbewerber im Fahnenschwenken stattfanden und ganz viele Platzkonzerte von Blaskapellen über die Häuser plärten, wurden wohl hunderte Fässer Hopfensmoothie, wie Kurt immer sagt, in Biertulpen gezapft und geleert. Aber das muss ich doch sagen, alles geschah ohne große Ausfälle und im Rahmen der Geselligkeit und Gemütlichkeit. Es war nicht so, dass wie beim Oktoberfest die Bierleichen am Straßenrand lagen bei den Bierschläuchen. Nein, die Männer waren gerade so angeschickert, dass der ein oder andere sogar mit seiner Frau tanzte. Für Gertrud war es das Paradies. Ja, 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 Kokojambo, ja, 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 sang sie untergehakt mit einem erkrauten Herren in Schützenuniform und wackelte mit dem Po. Er hieß Herr Immelmann. Und glauben Sie mir, niemals hat jemand Späße mit seinem Namen gemacht und gedacht, was Sie jetzt denken, außer Gertrud. Auf Gertrud war wie immer in solchen Fällen verlassen. Als sie sich die Knie dicke tanzt und ich mein sehr angenehmes Gespräch mit einem jungen Mann beendet hatte, der mir nun doch etwas Lallen von seiner verstorbenen Großmutter Renate erzählte, konnten wir endlich zurück in unser Hotel. Ich war heilfroh. Für mich war das nicht die Art Urlaub, die mir vorgeschwebt hatte. Wissen Sie, mal neue Ecken zu entdecken, ist ja gut und schön. Aber richtige Ferien sind es doch nur, wenn man am Meer entlang spaziert und einem die Wellen die Fußknöchel umtanzen. Vitamin C mag wichtig sein, aber für mein Gemüt ist Vitamin C noch viel wichtiger. Das macht mich glücklich. Da tanke ich richtig auf und zehre noch lange Zeit von dem schönen Gefühl. Wenn man die Weite des Horizonts sieht, die Möwen hört, die krakehlen wie die Frau Berber, wenn das Pizza-Auto zu spät kommt. Das ist doch erst richtiger Urlaub. Aber nicht sowas, das Gertrud hier zusammengebucht hat. Nächstes Jahr passe ich besser auf. Als wir dann endlich wieder zu Hause waren, gab es noch ein paar sonnige Wochen, bis der Sommer sich dem Ende neigte und die drückende Hitze, die wochenlang über der Stadt gelegen hatte, langsam wich. Jetzt konnte man den Advent schon am Horizont erahnen. Wie ich sagte, für mich ist die Vorweihnachtszeit die schönste im ganzen Jahr. Aber erst mal kamen nun die Wochen, in denen ich auf den Friedhöfen noch mal gut düngen musste, damit ich die Eisbegonien halbwegs anständig in den Herbst bekam. Also wenn man denen nicht noch mal ordentlich Stickstoff gibt, werden die ganz schnell mäkelig und gehen ein und dann hat man die Ödnis auf den Gräbern und muss noch mal Herbstbepflanzung machen mit Erika. Also mit Heidekraut, nicht mit Erika Puscher. Nein, nein, die würde mir auch helfen, wenn ich fragen würde. Aber ich habe das schon so oft gemacht, ich brauche da keine Hilfe. Nicht, wenn ich die Eisbegonien bis zum ersten Frost hin gerettet kriege und ob ich das schaffe, das steht gar nicht zur Debatte. Wissen Sie, ich habe vier Gräber mit vier Männern drin und die noch mal neu zu bepflanzen, das geht ganz schön ins Geld. Und so üppig ist die Rente einer alten Eisenbahnerin nun auch nicht. Trotz all der Arbeit freute ich mich auf die langsam einziehende Gemütlichkeit. Ich bin keine, die erst auf den letzten Drücker anfängt, die Weihnachtsgeschenke zu kaufen oder zu planen. Wer mich kennt, der weiß das. Ich habe meist im Mai die Geschenke beisammen und gucke auch im Sommer schon die Lichterkette durch, ob nicht ein Lämmchen kaputt ist. Man kennt das doch. Ersatzteile sind heutzutage kaum zu beschaffen. Es ist alles so produziert, dass es schnell kaputt geht und dann sagen sie einem, die Reparatur lohnt nicht. Aber ich kenne noch Zeiten, in denen wir nicht alles im Überfluss hatten und in denen wir wertschätzten, dass sich die Dinge reparieren ließen. Wenn ich das sehe, dass die Leute heute jedes Jahr ein neues Handy-Telefon brauchen, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ich hatte meinen Apparat aus Backelit noch bis vor wenigen Jahren im Flur stehen und der tat prima seine Dienste. Es ist ja mit dem Telefon wie mit dem Fernseher. Die Nachrichten und das Programm werden nicht besser, nur weil das Gerät neu ist. Deshalb gucke ich bis heute, ob man nicht noch heile kriegt, was andere wegschmeißen. Sowas dauert ein bisschen und macht etwas Mühe, lohnt sich aber oft. Die Herren vom Reparaturcafé, ja, im Nachbarschaftstreff, helfen da gerne. Die sind zweimal im Monat nachmittags mit ihren Lötkolben zugange und haben sogar Gertruds Plattenspieler wieder auf Vordermann gebracht. Der hat ein bisschen geeiert und die Schützenliesel jaulte etwas. Es passte im Grunde genommen ganz gut, weil Gunther Herbst, ihr Ehegatte, beim Tanzen das Bein ein bisschen nachzieht. Aber trotzdem ist es schön, dass wir die Aufnahmen von Marika Röck und die Weinlieder von Willi Schneider nun wieder abspielen können, ohne dass die Platten eiern. Die Herren im Reparaturcafé haben uns schon so oft geholfen, das muss man sagen. Oft reichen der Lötkolben, das Ölkindchen oder ein paar Schräubchen. Nur manchmal müssen besondere Teile beschafft werden. Da hilft das Interweb, aber bis die Post die Ersatzbirnen aus Taiwan dann auch bringt, dafür geht seine Zeit. Also es schadet nicht, rechtzeitig mit den Weihnachtsvorbereitungen anzufangen. Es ist doch nett, wenn man entspannt und ohne große Hektik in die schönste Zeit des Jahres gehen kann, nicht wahr? Und spätestens Ende August, wenn in den Kauf fallen, die Marzipankartoffeln und die Lebkuchen in die Gänge geschoben werden, kann es dann richtig losgehen mit der Gemütlichkeit. Doch daraus sollte nichts werden. Und Schuld daran war die Hausverwaltung. Ich ahnte nichts Schlimmes, als ich an einem lauen Spätsommermorgen die Treppe runterstieg und die Zeitung reinholen wollte. Nachdem wir wochenlang tropische Nächte gehabt hatten, war es jetzt morgens angenehm frisch und man konnte schön durchlüften. Die Zeitung war mal wieder sehr dünn an diesem Tag. Wenn nicht noch die Hälfte Reklame gewesen wäre, hätte das Ganze auch auf einen Doppelbogenpergament gepasst. Schon mein Opa Strelemann hat immer gestaunt, dass am Tag zuvor genauso viel in der Welt passiert war, dass es am nächsten Tag in eine Zeitung passt. Das stimmte natürlich nicht. Denn obwohl im Moment sehr viel auf der Welt passiert, beim Russen, beim Ami oder mit Prinzessin Kate, wird die Zeitung immer dünner. Während ich darüber nachsah, fiel mein Blick auf was anderes. Es hing ein Zettel an der Haustür. Von innen mit vier Streifen durchsichtigem Klebeband an die Scheibe gedatscht. Da würde ich tüchtig mit Fenstersprüh rubbeln müssen, um das wieder rückstandsfrei wegzukriegen. Der Schrieb war mit dem Computer verfasst und ohne Stempel und Datum stand darauf sinngemäß, dass wir Bewohner uns nicht wundern sollten, wenn es in den nächsten Wochen etwas lauter würde und dass hier und da ein bisschen Dreck durch Bauarbeiten entstehen könnte. Es wäre an der Zeit, das Haus auf einen modernen Stand zu bringen und sie würden verschiedene Firmen beauftragen, die dies und das herrichten sollten. Das Treppenhaus würde schick gemacht, eine neue Heizung käme rein, so mit Bio und Solar auf dem Dach und allen Peepapo. Außerdem würde die Fassade neu gedämmt und bepinselt und wir bekämen alle neue Fenster und neue Fliesen in der Badestube. Wir, die Mieter, sollten doch bitte schön Verständnis haben und schon mal die Abbuchung für die Mieterhöhung vorbereiten. Man versprach, dass alles mit so wenig Dreck wie möglich ablaufen würde. Genaue Termine würden durch die Bauleitung mit den einzelnen Mietern abgestimmt und man verblieb mit freundlichen Grüßen und ohne Unterschrift. Ach, du liebes Bisschen! Ich rückte erst mal die Brille zurecht und las das noch mal. Das war ein Problem und kein kleines. Das wusste ich in dem Moment, als ich den Wisch noch vor mir hatte. Sofort dachte ich an unsere Hausgemeinschaft. Man hat ja oft welche dabei, die sich aufregen über den Solar und den Öko, weil sie einfach immer gegen alles sind, was neu ist. Meist wissen die selber, dass es einfältig ist, sich dem zu verweigern. Aber sie bleiben stur dabei, dass so ein Windrad angeblich Vögel tot häckselt. Den brauchen sie auch nicht mit Argumenten kommen, nämlich, dass der Hähnchenwagen auf dem Parkplatz vom Baumarkt für mehr tote Vögel verantwortlich ist, als alle Windräder im ganzen Land zusammen. Die sind bockig und aus Prinzip dagegen. Das war jedoch gar nicht meine Sorge. Bei uns im Haus gehen eigentlich alle mit der Zeit und denken vernünftig. Nein, als ich das las, zog ich wegen anderer Sachen die Brauen hoch. Obacht, Renate, dachte ich mir, wenn die schon von ein bisschen Dreck und geringfügigen Beeinträchtigungen schrieben, konnte man sich ja denken, was da auf uns zukam. Meine Nachbarinnen stört sowas nicht. Die Frau Berber, die nimmt höchstens einen Putzlappen in die Hand, wenn ihr der Sekt überschäumt. Und die Frau Meiser? Na, den Abwasch, den macht sie schon. Da will ich gar nicht sagen. Aber sie nimmt den gleichen Lappen... Ich nehme die Hütein. Und sie ist ganz gut. Ich nehme die Hütein. Und die Frau sagt, dass wir die Hüteinung vor. So, berufein, nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wie ist die Hüteinung vor? Wie ist die Hüteinung vor?